Norddeutscher Rundfunk 2021 Willkommen, Willkommen Dankeschön, Dankeschön Ihr Lieben, geht alles von der Zeit ab Willkommen bei Fressen aus XXL Da RTL der offizielle Tanzsender ist, lässt er sich nicht lumpen und hat heute die weltbesten Tänzer eingeladen gekommen sind die natürlich nicht Aber dafür diese vier extrem beweglichen Comedians Wir sind Barbara Schöneberg, der Bürger des Liedrichs Schaut überwältigt mit Stiermann Applaus 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 Wir bei Freisch Schnauze sind natürlich auch ein Enthüllungsmagazin und die Nachricht der Woche bringt uns der Mann, der sich bei Let's Dance den Wolf tanzt Hier ist Ben Applaus 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 Ich finde es nur zum Teil schockierend, ich finde es eigentlich nicht überraschend, nein, so geht es einem halt, wenn man zu viel bei RTL arbeitet. So, dann würde ich mal sagen, stell dich einfach mal den investigativen Fragen der internationalen Presse bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kinder und Jugend und auch Erwachsenenpresse, das freut mich sehr, dass sie so zahlreich doch auch männlich erschienen sind. Welke von Yps mit Gimmick, braucht man für Ihren Beruf eine Ausbildung? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss es sogar eigentlich leben wollen und man muss es schon immer gewollt haben, sonst hat man diese Energie einfach nicht. Ich bin der Detlef von der Pralle Dickerchen. Ja, ich wollte mal fragen. Herzlich willkommen, wir sind hier für alle draußen. Fand für diese Art, die Sie da machen, für diesen Beruf oder was weiß ich, fand da ein Casting statt? Nein, nein, also dafür ist man entweder geboren oder man lässt es. Allogier man von Du und Dein Crazy Hobby. Übrigens, mein neues Lieblingsmagazin. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe folgende Frage, wird die ganze Aktion vor oder hinter dem Zaun stattfinden? Natürlich vor dem Zaun. Also wir sind schon lange am Planen, ich bin den Zaun abgelaufen. Den kompletten Zaun? Nicht schlecht. Und ich denke, ich habe die richtige Stelle bereits gefunden und eigentlich hält mich nur noch die Konferenz hier. Wollten Sie das wirklich schon als Kind machen? War das immer Ihr Traumberuf? Ja, also ich habe angefangen, mich beweglich zu machen für diese Aktion und bin da eigentlich auf dem besten Wege. Und mein Vater hat immer gesagt, erzähl mir deinen größten Traum. Und dann saßen wir da mit Kuchen und mit Tee und wir haben so wie am Lagerfeuer gesagt, Papa, das mache ich. Wenn ich groß bin... Also ich möchte auch nochmal auf Ihre Partnerin zu sprechen kommen. Ja, sehr gut. Denn wenn ich mir diese Partnerin jetzt vorstelle, brechen Sie dann nicht einen, naja, wie soll ich sagen, einen Heiligendamm? Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben einfach die Landkarte aufgeschlagen. Ich habe den guten Brockhaus zu Hause, haben einfach uns die Karte angeguckt und unter dem Quadrat G8 war Heiligendamm. Und da habe ich gedacht das ist ein gutes ziel jetzt haben irgendwie busch und die kollegen das als ich auch ausgesucht Und ich dachte das kann ich doch vielleicht mit der ganz guten machen das auch für busch Ne nur ohne busch Ja hab ich mir gedacht Da habe ich mir gedacht wenn ich busch wäre würde ich auch immer rausgehen vorher absolut ja sind sie denn alleine mit ihr Ja selbstverständlich zumindest der innereste kreis das sind nur wir zwei Und da soll es dann auch richtig losgehen das ist ja wie gesagt die sache Wir sollen wir wollen schon zeigen was wir können was ich seit Es soll sich mal vormachen machen es doch bitte mal vor was sie dann genau machen bitte ja also ich muss ganz ehrlich sagen Das ist problematisch weil ich habe mir eine knieverletzung zugezogen ist klar und ich darf jetzt nicht übertreiben es ist ihr job So viel ist klar aber finden sie möglicherweise auch irgendwie erregend also stehen sie ein bisschen auf sie Ja und Ich meine macht macht auch sexy Ich habe sie nicht verstanden ich habe Macht macht doch sexy ja nicht jeden würde ich sagen Ja sexy sexy sowieso ich finde sexy auch immer gut gerade auch in heiligendammt können sie sich die choreographie denn überhaupt merkeln merken Ja also es ist es ist so Ich tanze Ich liebe ich liebe tanzen ich habe tanzen für mich entdeckt so viel steht ja fest ja der eine oder andere hat sich auch schon mitbekommen und Und mir ist es so wichtig ja dass ich damit nach heiligendammt fahre aber da sind immer die demonstranten mit den schildern amy go go home Ich tanze mit angela merkel Und als sage ich ihnen es war mir nicht genug was ich dieses jahr geleistet habe und deswegen werde ich nach heiligendammt fahren oder wandern oder wie auch immer und für angst Angela merkel gogo tanzen Richtig Wir sehen ihn gleich noch mal gogo tanzen dem musikalischen finale wir freuen uns Wir sehen ihn gleich noch mal gogo tanzen dem musikalischen finale wir freuen uns